Willkommen zu einer neuen Review und heute geht es um Nimbus Notes. Jeder kennt das, jeder hat jede Menge digitales Zeug, Bookmarks, Websites, die man gerne abspeichern würde, PDFs, Bilder, Notizen oder was auch immer. Und im besten Fall ist das alles dort abzulegen, wo man es auch wiederfindet, mit Text geordnet, in Workspaces geordnet, in Foldern geordnet und überall verfügbar, nämlich nicht nur auf dem Desktop, sondern auch überall, wo ich einen Webzugriff habe oder eben auch in meinen mobilen Geräten, auf dem Tablet, auf dem Smartphone und das Ganze ist synchronisiert. Klingt wie ein Traum und ja, Nimbus Notes bringt uns hier ein Stückchen näher. Schauen wir uns mal das Ganze im Detail an. Also was ist Nimbus Notes? Zunächst einmal ist es natürlich dein digitales Notizbuch, aber anders als bei allen anderen Apps haben wir hier den großen Vorteil, dass wir nicht nur eine Seite, ein Screenshot oder normalen Text anlegen können, sondern wir können die einzelnen Notizen, wie du das hier schon siehst, freigestalten, in Sektionen aufteilen, in Spalten unterteilen, Checkboxes einfügen und so weiter und so fort. Wir haben also quasi eher die Möglichkeit, kleine Mini-Websites zu bauen für unsere Notizen, wenn wir wollen. Wir können aber auch einfach nur einen Text eingeben, also das Ganze so aufbauen, wie wir es gerade brauchen. Wir haben also hier die Möglichkeit, Notizen anzulegen, Dokumente zu hinterlegen, ein eigenes kleines Wiki aufzubauen. Wir haben genauso gut die Möglichkeit, hier auch Task-Lists einzufügen, also Listen, die wir nacheinander als Checklisten abhaken können. Wir können auch dazu Templates erstellen, also jederzeit dann darauf zugreifen, zum Beispiel unsere, ich packe meinen Koffer, meine Urlaubsliste. Außerdem können wir komplette Datenbanken, Tabellen anlegen. Das Ganze ist übrigens auch mobilefähig, sehr interessant. Und wenn das so kompliziert werden kann, dann lohnt es sich, das Ganze natürlich auch als Organisation zu nutzen. Sprich, wir können einzelne Workspaces teilen. Also man bekommt verschiedene Workspaces, zum Beispiel einen privaten. Man kann aber auch einen Business-Workspace anlegen und hier dann seine Teamkollegen reinholen und zusammen an den Notizen, an den Checklisten, an den To-Dos, am Wiki und so weiter arbeiten. Das Ganze ist aber nicht nur wirklich als reines Arbeitswerkzeug und Notizbuch zu verstehen, sondern das finde ich besonders spannend. Wir können hier auch alles sonst, was wir im Web finden, zusammensuchen, sammeln und an einem Ort zusammenbringen. Und dafür haben wir hier Nimbus Capture mit dabei. Sprich, wir können Screenshots machen, diese sofort dann mit Notizen versehen, Dinge ausblenden, die wir nicht zeigen wollen, einen Pfeil hinzufügen für die Dinge, die für uns interessant sind. Wir schauen uns das gleich nochmal im Detail an. Dann den ganzen Spaß in unser Notizbuch laden, das Ganze taggen, damit wir Notizen auch wiederfinden, wenn wir möchten. Oder eben auch gleich einen Link zu dieser Notiz teilen, damit dann dritter Zugriff auf unsere Notiz bekommen. Und das Schöne ist, das Ganze geht nicht nur für Notizen, sondern auch für PDFs. Wir können sogar Videos aufzeichnen und in unserem Notizbuch integrieren. Und das macht Nimbus, denke ich, zu einem extrem vielseitigen Tool, mit dem man in der Tat eigentlich alles digitalisieren kann, was einem so über den Weg läuft. Okay, werfen wir einen Blick ins Backend, wie das Ganze in der Praxis aussieht. Ich bin hier in meinem Nimbus-Account und habe hier schon mal ein bisschen was angelegt, also ein paar verschiedene Ordner. Ich habe einmal meinen Privataccount, dann kann man hier einen neuen Workspace anlegen, zum Beispiel für ein Unternehmen oder für ein Thema. Oder hier gibt es auch ein paar Beispiele, wie man das machen kann. Irgendwo, warte mal, habe ich das gesehen? Hier. Also, dass man zum Beispiel nach Projekten das Ganze sortiert. Man hat dann sein Workspace für Projekt 1, für Projekt 2. Man kann das dann da drin nach Daten sortieren oder nach Themen und dann dazu wieder Unterordner anlegen. Also man kann das so gestalten, wie man das gerne hätte. Oder teamorientiert das Ganze aufbauen, dass es hier verschiedene User gibt, die dann ihre eigenen Teambereiche haben oder auch als Client Hub nutzen. Sprich, pro Kunde baut man hier ein Workspace auf, in dem dann die Materialien, die Präsentation und so weiter hinterlegt sind. Also eher so sortiert. Oder letzten Endes kannst du das alles so gestalten, wie du es gerne hättest, wie du es für dein Business oder wie du es privat für dich brauchst. Ich habe jetzt hier meinen ersten Workspace erstmal privat angelegt. Hier sehen wir in einem Überblick alle Notizen und haben hier die Möglichkeit, eine kleine, große oder mittlere Ansicht zu zeigen, das Ganze auch nochmal durchzusortieren. Natürlich haben wir eine Suchfunktion dabei. Wir können auch Filter hinzufügen, also nach Text suchen oder gezielt in bestimmten Ordnern suchen. Zum Thema Ordner haben wir hier, wie gesagt, freie Hand. Wir können so viele Ordner hinzufügen, wie wir wollen und wir können dann auch so viele Unterordner hinzufügen, wie wir wollen. Pro Ordner gibt es also keine Limitierung und pro Ordner können wir dann auch das Ganze nochmal individuell anpassen. Wir haben einen Public Link. Wir können also diesen Ordner zum Beispiel für andere teilen. Hier natürlich Notizen erstellen. Logisch. Das Ganze können wir auch später umsortieren, wenn wir sagen, okay, wir möchten jetzt eine andere Workspace-Struktur haben. Das soll nicht alles in einem liegen. Ich habe jetzt erstmal nur ein Workspace für mich angelegt. Dann können wir auch diese Ordner hin und her kopieren, wo das hingehört und natürlich das Ganze auch farblich noch ein bisschen abheben. Ich habe jetzt hier meine Inbox einmal, wo alles reinkommt. Kleine Randnotiz. Ich habe hier pro Workspace wiederum auch eine E-Mail-Adresse. Bekomme ich also eine E-Mail, wie in diesem Fall, von StoryChief mit Informationen, die für mich spannend sind. Brauche ich die nicht länger in meinem E-Mail-Programm behalten und sagen, na, möchte ich mal irgendwie was von nutzen oder so, sondern ich leite die E-Mail weiter in mein Notizbuch, kann sie dann aus meinem Mail-Programm löschen und habe sie hier hinterlegt. So, wir haben also hier unsere freie Ordnerstruktur. Wir können dann Tags pro Notiz vergeben und hier unten die alten Notizen zugesammelt im Papierkorb finden. Den können wir natürlich löschen, ist klar. Ansonsten haben wir einmal den Gesamtüberblick, alle Notizen. Wir können Favoriten anlegen und Templates nutzen. Also haben wir zum Beispiel, keine Ahnung, ein Event zu planen. Dann haben wir hier ein Eventplanungstemplate, mit dem wir gleich starten können. oder ein Profil anlegen für uns oder fürs Brainstorming, eine Liste pro und contra. Also gibt es verschiedenste Templates, wie man sieht, aus denen man sich gleich bedienen kann. Oder man startet eben ganz von vorne. Dazu gehen wir einfach auf Neue Notiz und schon ist unsere neue Notiz fertig. Und wir können jetzt hier einen Titel eingeben, wenn wir wollen. Und dann fangen wir an mit dem ersten Text. Dies ist meine erste Notiz. Das Ganze können wir natürlich frei formatieren, wie man das kennt, mit Auszeichnungen. Wir können aber auch Platzhalter einfügen, zum Beispiel mit Variablen arbeiten oder auch Code einfügen. Das finde ich sehr spannend. Haben wir also hier möglicherweise ein Code-Segment oder wir möchten Skripte abspeichern. Kleine Code-Snippets ist auch das alles möglich. Außerdem können wir hier Dateien verlinken. Finde ich auch sehr spannend. Ich füge mal hier einfach ein JPEG ein. Und jetzt haben wir dieses JPEG an dieser Stelle mit dieser Destination verlinkt. Also wir müssen auch nicht alles in das Notizbuch bringen, aber selbstverständlich können wir auch das Bild anzeigen. Dann nehmen wir jetzt hier einfach mal das Bild dazu. Und dann sehen wir, dass hier unser Bild jetzt in unserer Notiz ist. Dies können wir per Drag & Drop einfach skalieren, hin und her schieben. Diese Notiz dann auch hier nochmal aufbröseln, dass wir sagen, gut, wir möchten Zwischenüberschriften haben, einen Textumbruch. Das Ganze nach links, rechts ausgerichtet. Wie gesagt, extrem komfortabel. So sagen wir, wir haben hier zu dieser Aufgabe noch eine kleine To-Do. Dann fügen wir hier einfach eine kleine To-Do-Liste noch ein. Also mit den Aufgaben, die es zu erledigen gibt. Bild suchen und Text schreiben und Video hochladen, was auch immer. Und ratzfatz haben wir hier eine To-Do unserer Notiz hinzugefügt. Wir können aber auch direkt in der Notiz natürlich hier To-Dos hinzufügen. Dann nehmen wir hier die kleine Checkliste und sagen, Task 1, Task 2 und so weiter. Später häkeln wir dann diese Punkte einfach an, wenn wir unsere Liste abarbeiten. Und hier haben wir also nicht nur ein Notizbuch, sondern auch einen kompletten Planer, wenn man möchte. Denn neben dieser sehr komfortablen Art, mit Notizen umzugehen, gibt es hier oben noch diese kleine Glocke. Und hier können wir sagen, dass diese Aufgabe zum Beispiel morgen fällig sein soll oder alle 30 Minuten oder wie auch immer oder zu bestimmten Zeit. Fertig. Und sobald das erledigt ist, sehen wir hier, dass diese Notiz jetzt hier entsprechend gekennzeichnet ist und werden dann dazu erinnert. Okay, das ist also die Arbeit mit Notizen. Was für mich besonders spannend ist, wir können eben auch Bookmarks hinzufügen. Das Ganze sieht dann so aus. Wir haben hier die Vorschau und dazu entsprechend den Link. Das Ganze geht extrem einfach. Bin ich hier auf einer Seite, wie zum Beispiel Nimbus, dann haben wir hier oben zwei Icon und dann gehe ich hier auf Bookmark und schon wird mein Bookmark für Nimbus Notes erstellt. Ich sehe eine Vorschau dazu. Ich kann hier, wenn ich möchte, ein Tag vergeben. Ich kann sagen, wo soll das landen? Also hier hat man auch eine Möglichkeit, seinen Browser ein bisschen aufzuräumen. Und dann speichere ich den Spaß. Und damit ist diese Seite gebookmarkt und sauber in meinem Notizbuch gelandet. Wenn ich sage, mir reicht das nicht, ich will nicht nur den Link haben, sondern ich möchte die ganze Seite gespeichert haben. Wie du gesehen hast, haben wir hier viele andere Möglichkeiten. Ich kann die ganze Seite gleich speichern. Und in dem Fall nicht nur das, was ich sehe, sondern es wird wirklich die ganze Seite durchgescrollt und dann abgespeichert. Hier können wir jetzt noch eine To-Do-List gleich der Seite anhängen. Wir können auch Stellen markieren, die für uns besonders wichtig sind. Und wenn wir oder einen Reminder noch dran setzen, wann wir diese Seite bearbeiten wollen. Und dann sagen wir irgendwann nur noch speichern. Und damit ist die ganze Seite auch schon in unserem Notizbuch gelandet. Der große Vorteil ist aber, dass wir hier, wie du gesehen hast, verschiedenste Möglichkeiten haben. Wir können auch nur ein Fragment der Seite aussuchen, dass wir den speichern. Wir können auch, das finde ich sehr schön, sagen, gut, wir wollen zum Beispiel nur einen Artikel abspeichern. Gehen wir mal hier irgendwo anders hin, sagen wir mal zu mir in den Blog. Dann gibt es hier ja die Seitenleiste, ein paar Bilder und Dinge, die wir vielleicht gar nicht speichern wollen. Und sobald ich hier auf Artikel gehe, lässt er alles, was jetzt stört, raus und er geht wirklich auf den Content der Seite. Und hier sehen wir, dass wunderbar alles andere bereinigt wurde. Habe ich Dinge dabei, die ich nicht haben möchte, lösche ich die einfach gleich hier raus. Vielleicht brauche ich das Bild gar nicht. Und dann habe ich wirklich nur meinen Artikel, den ich hier gespeichert habe. Den lege ich dann wieder in meine Inbox und speicher den Spaß. Und damit ist aber nicht genug, denn wir haben neben dem normalen Speichern auch noch ein komplettes Screenshot-Tool dabei. Sehr komfortabel. Hier können wir sagen, den ganzen sichtbaren Bereich oder irgendeinen Bereich, den wir auswählen wollen. Die ganze Seite, eine verzögerte Aufnahme. Wir können sogar Videos aufnehmen, hier Dinge kurz erklären. Dann wird das in unserem Notizbuch gespeichert und wir können das mit anderen teilen. Nehmen wir das mal am Beispiel eines Bildes. Sagen wir, ich möchte hier einfach einen Bereich auswählen. Sagen wir, ich möchte hier, keine Ahnung, irgendwas in der Anmerkung machen. Dann gehe ich auf einen Bereich auswählen. Sagen wir, da ich möchte eine Anmerkung zu diesem Gasten hier machen. So, jetzt habe ich hier mein Bild und hier oben sehen wir jetzt alle möglichen Dinge, die ich machen kann. Also ich könnte hier ein Pfeil hinzeigen. Ich kann bitte einen Text hinzufügen. Bitte bearbeiten. Natürlich kann ich die Farben beliebig anpassen, die Schriftgröße anpassen. Habe ich hier ein Element dabei, was ich vielleicht nicht zeigen möchte, dann kann ich das auch unscharf maskieren. Sagen wir, hier wäre jetzt Kontodaten. Ja, dann baue ich da einfach ein Kästchen drauf, dass die unscharf gezeichnet sind und also nicht geteilt werden. Natürlich kann ich das Ganze auch hier beschneiden, dass ich sage, okay, mir reicht eigentlich in dieser Ausschnitt. Das andere habe ich nicht korrekt gemacht. Und wenn ich mit meiner Bearbeitung fertig bin, dann gehe ich auf Erledigt, habe hier mein Screenshot, kann jetzt hier ein Kommentar hinzufügen und diesen Screenshot sofort mit meinen Partnern teilen. Das ist natürlich großartig. Ich kann diesen als Bild downloaden, in meinen Dropbox oder Google Account speichern. Ich kann eine Info an Slack rüber schicken. Ich kann meine Bearbeitung hier auch ausdrucken, ein Wasserzeichen hinzufügen, wenn ich möchte oder ganz einfach in meinem Notizbuch speichern. Und dazu sage ich einfach nur hier an Nimbus Note senden und damit wird meine Notiz jetzt in mein Notizbuch gespeichert. Fertig ist der Zauber. Gehe ich hier in mein Notizbuch, sehe ich, dass ich entsprechend hier meinen Text hatte. Den hatte ich ja zuvor einmal gehabt. Und hier oben habe ich auch ein Screenshot, den ich gerade bearbeitet habe. Wer sagt, das ist mir hier zu hell, der kann natürlich verschiedene Einstellungen vornehmen. Unter anderem auch, wie groß ist die Schriftgröße standardmäßig, welche Schriftart möchte ich hier standardmäßig benutzen. Die Sprache lässt sich anpassen. Und hier habe ich auch die Möglichkeit, das Ganze als Dark Theme zu nutzen. Also in dieser etwas dezenteren Ansicht. Und das ist Nimbus Notes. Und jetzt eine gute Nachricht. Nimbus Notes kostet generell schon nicht so viel. Es gibt derzeit aber noch einen Deal. Schauen wir uns einmal den normalen Preis an. Hier gibt es eine Starter-Version, die ist komplett kostenlos. Dann gibt es hier die Pro-Version und eine Business-Version für Teammitglieder, also für größere Teams. Aber den ganzen Spaß gibt es derzeit auch als Lifetime-Deal. Ich hoffe, wenn du das Video schaust, dass dieser noch immer aktiv ist. Den Link packe ich zur Beschreibung. Und hier bekommst du dann nämlich, hier haben wir also für 59 Euro Lifetime bereits 10 Teammitglieder dabei. Wir haben 50 Workspaces. Das reicht also für eine ganze Menge. Außerdem 50 Gigabyte Speicher. Das klingt jetzt, na gut, man kennt das von Festplatten, man ist ein bisschen verwöhnt mit Terabyte, weil es niemand zur Verfügung hat. Aber 50 Gigabyte für Screenshots und du kannst den Speicher wieder freigeben, wenn du alte Notizen löscht. Ist eine ganze Menge. Zum Vergleich, ich habe, ich glaube, 30.000 oder 40.000 Notizen bei mir in der Devonthink-Datenbank und das sind 2 Gigabyte. Also von daher, das ist wirklich eine ganze Menge, das man hier bekommt. Wem das wirklich nicht reicht, der kann entsprechend auch stacken, bekommt dann noch ein bisschen mehr. Außerdem gibt es hier nochmal 1500 OCR-Records. Das heißt, du kannst ein handschriftliches Bild einfach abfotografieren und Nimbus macht daraus dann eine durchsuchbare Notiz. Wer drei Codes nimmt, der bekommt entsprechend überall mehr. Plus das Ganze kann man dann noch individuell branden. Wenn du jetzt also zum Beispiel professionelles Agentur arbeitest und möchtest deine Kunden mit in dein System holen, dass sie ihren eigenen Workspace haben, dann kannst du das alles so anpassen, als wäre Nimbus dein System. Für die allermeisten wird aber wahrscheinlich der kleinste Tarif Dicke ausreichen und wenn man sich anschaut, was man dafür alles bekommt, ist das auf jeden Fall ein guter Deal. Das Fazit, Nimbus Notes ist eine prima App. Ich habe da einen sehr guten ersten Eindruck. Wie gesagt, ich arbeite noch nicht so lange damit, von daher kann ich jetzt noch keine Langzeitstudie preisgeben, aber der erste Eindruck ist sehr gut. Es macht das, was es soll. Das Ganze ist sehr einfach einzurichten. Man kommt schnell damit klar und das ist schon mal das Wichtigste, denn wenn es um Notizen geht, wenn es darum geht, Dinge abzulegen, abzuspeichern, dann sollte das Ganze möglichst zügig und unkompliziert funktionieren. Und das hat hier bei mir jedenfalls gut funktioniert. Meine Empfehlung, schau dir das Ganze mal an, ob das was für dich ist. Wenn ja, zurzeit gibt es wie gesagt hier einen Lifetime-Deal. Der Link ist in der Beschreibung. Wenn du darüber kaufst, kriege ich ein paar Prozent. Das hat aber keine Auswirkung auf mein Review. Wie du im Kanal siehst, teste ich Dinge, die ich gut finde und teste genauso Dinge, die ich nicht gut finde. Und ja, wie meine Meinung ist, gebe ich immer ehrlich kund. Und hier denke ich, das ist auf jeden Fall eine App, die kann man sich gut und gerne mal anschauen. Und was gibt es sonst noch zu sagen? Abonnier den Kanal, klick die kleine Glocke, damit du das nächste Video nicht verpasst. Und wir sehen uns dann wieder. Bis dahin, Ciao, der Marco.